Moin Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Amnesia. Heute mit einem Gastkommentator, der direkt neben mir sitzt. André, sag mal Moin. Moin. So, wir spielen Amnesia Part 11. Er glaubt mir nicht, dass das Spiel gruselig ist. Mal gucken, ob ich ihn vom Gegenteil überzeugen kann. Wer sich an Part 10 erinnert? Ich glaube 15 Minuten habe ich geschafft. Dann war... Oh, sehr angsthaber, das ist nur ein Mikro. So, okay, wir sind wieder. Wo sind wir überhaupt? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Alles gut, ne, ich lasse die noch lieber aus. Wollen wir mal Ecke gucken? Eine Tür. Sie führt ins Kellerarchiv. Ich merke schon, der Gast hat heute keinen Bock zu reden. Aber ihr werdet seine Schreie hören. Wow! Was spiegelt denn hier so? Was sind das denn für rote Dinger an den Wänden? Was? Ist das Wasser? Ja, ich hab... Ich hab grad schon, äh, paranoid gehabt. Wo, 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 wo! Oh, Alter, 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 was was denn? Nein! Äh! Bleib vom Wasser führen, das ist klar! Auf die Kisten muss der einfach gehen. Oh! Boah! Boah! Scheiße! Alter, fick dich! Alter, hab ich ihn überjagt, ey! Alter, 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 alter! 피�ys, ich kriege sein, nie sche translated! Oh, weiw, was ist denn da? Ist so, Frau zu sizedetigл�orte, oder? Oh, du ‹ Da ist doch gar nichts! Was ist das von Kidadeln, Josh. W provost? dim on Muchas of whose Zustand ja vor allem auch schon wieder Landwül auch nicht mehr so was war und jetzt nur bei den Sturz auch der Angst die ist klar genau dann dagegen die Reine wenn wir die Lampe ausmachen das ist immer voll egal der Bischofan die Flasche auf ihn aufgeschmissen haben es ist der von Jürgen oben in der Morgen der Flasche auf weil auch und ja was ist das offen der Lacken würde in meinem Anwesen wenn das ist auch noch ein paar Schaf machen jetzt auch noch was auch noch ein schweres Tor es wird sagen dass ich hier nicht durch kann oder was ist wieder durch oder? wir müssen jetzt zurück oder? ja, siehts ganz so aus oh, jump, 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 jump Schalt aber ziemlich lahm zu sein ja, er ist sehr sehr lang alter, 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 alter wir brauchen mal ganzes Lappenmüllgewege im Schalt oh, 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 oh Handschäden und? geil, lautum, zum nehmen wir aufwischen Lappenmüll wird auch schon wieder knapp und was machen wir jetzt? Mann, diese Schei... ich kann nicht dieses Vieh irgendwie wegmachen die Frage ist, wie komme ich dieses Tor dahin? oh da war auch noch eine Tür ja ja alter, 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 alter das ist ja Mario Jobrun das ist ein Knochen und Schalter, da hab ich ja gesehen ich glaub ich glaub das ist mir die Wahrheit auch ich glaub ich muss sich vereinen ich glaub das ist mir die Wahrheit auch er sagt den Vieh doch Renn, 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 renn es kommt näher ich hörs, ich hörs oh scheiße scheiße, 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 scheiße nein, ich bin... nein, 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 nein oh fuck nein, ah scheiße ich glaub so ständig, ich kann zu wegen von ne Kiste oh oh Gott, Menschen Menschen Teile wirf mal rein, mal gucken was damit passiert oh fuck mhm, okay hier sind Menschen Teile also kann ich gleich aufhalten ey du musst ihn füttern du kannst ihn für eine gewisse Zeit aufhalten ja 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 der interessiert sich nicht mehr für dich als für die Teile weil ich nur am Leben bin weil hier sind überall Körperteile bam kopflos wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt mit dem vorbeiblen die 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 Okay, was machen wir jetzt? Allein hinten ist ein Tor. Ein Tor? Was ist denn? Das ist eine Tür, oder? Ja. Hier, Bock auf das Stück Bein oder Arm? Dann wird hier noch versuchen wir eine Runde. Nee, dann lauf schnell los, wenn der Gott dabei ist. Okay, und los. Da muss ich dann... Ach, dafür sind die Tür verteilt. Ich muss dann drehen, also... Scheiße. Kann man die Kiste schieben? Weil das lange beschäftigt sind gerade. Ach du Scheiße, das wird knapp. Das ist richtig knapp. Das ist richtig knapp. Scheiße, Scheiße. Aber hoffentlich kommt das nicht so schnell wieder runter, weil das sind Zacken dran. Lauf, lauf, lauf! Geh auf, die aufziehen, nein! Scheiße, das geht auf, fuck. Fuck, 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 fuck. Landwirr, 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 irgendwie hier. Zack. Mundbluten ziemlich stark. Schnittwundlaufwege. Oh, fuck, 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 fuck. So, und... Wir werden damit rechnen können, haben wir nicht nur noch ein paar Körperteile. Ok, so geht es einfach ein bisschen. Ich bin schon durch. Ok, go go go! Ich tu schnellen auch mal rauf und rauf und rauf. Scheiße! Sag mal, würde ich die nicht verlassen, dass er da nicht durchkommt! Wow, da kommen wir durch aber! Nee, aber da kommt der nicht! Safe! Und mir wurde mal gesagt, dass äh... Ok, und das wars auch schon, mit der Sichtwelle. ok er kommt anscheinend dadurch meine fresse die tür links und kisten diese kiste 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 einfach ein schloss verriegelt leichte kopfschmerzen mehr hast du nicht wohnbluten ziemlich stark den schlüssel finden holenaden eine Nadel und meine Fresse alter Möhl und sie sich hier lang wer hier da wenn ich den Ball bedau was hat mir gereicht aber was wird zum Spiel Das ist ziemlich gruselig. Ja, da war ja sogar ein Action drin. Wasser, Wasser. Ich werde den Part erst beenden, wenn ich irgendwo stehe, wo ich sicher bin. Und da lachen wir im Wasser. So, und so sollte man normalerweise still gehen. Das ist offensichtlich auch widerlich. Ich warte, beende jetzt, wenn sie zum nächsten Mal tschüss.